Wir sind das zweite Mal in die Ukraine gefahren im Rahmen der Hilfsbrücke Oberfranken-Transkarpazien. Die Stiftung Verbundenheit und Partner haben viele Hilfsaktionen in den vergangenen Wochen gestartet. Wir sind an dem Wochenende mit einem Kleinbus in die Ukraine gefahren, begleitet durch Journalisten, aber auch durch Studenten. Wir haben an der Grenze den Lkw-Transport der Firma Meisel mit unseren Hilfsgütern begleitet. Wir haben an der Grenze viele Personen aus ganz Europa kennengelernt, die Hilfe organisieren, mit dem Wunsch, in diesen schweren Stunden an der Seite der Ukraine zu stehen. Das Umladen an der slowakisch-ukrainischen Grenze findet in der neutralen Zone statt. Dort haben unsere Hilfsgüter den Weg in die Lkws unserer ukrainischen Partner gefunden. Wir arbeiten dort mit dem humanitären Hilfszentrum und Koordinationszentrum der Stadt Ushkorot zusammen, die die Hilfsgüter vor Ort in der Westukraine, aber auch im ganzen Land weiter verteilen. Beim ersten Mal war auch Kleidung dabei, technische Ausstattung, aber es geht jetzt vor allem um Nahrungsmittel und Medikamente. In Ushkorot wurden wir vom Bürgermeister empfangen und von unseren Partnern, dem humanitären Koordinationszentrum der Stadt Ushkorot. Es ging in den Gesprächen darum, wie wir in Zukunft noch gezielter die Hilfe organisieren können. Medikamente und vor allem Nahrungsmittel, das sind jetzt die Dinge, die gebraucht werden. Und der Bürgermeister hat uns in eindrucksvoller Art und Weise die Situation geschildert. Ushkorot, eine Stadt von 120.000 Einwohnern, die jetzt zu der Zeit 40.000 Flüchtlinge unterbringen muss, versorgen muss. Und dort ist jetzt die Hilfe auch aus Deutschland gebraucht. Die wichtigste Erkenntnis dieser Reise war, dass viele Binnenflüchtlinge in der Ukraine bleiben und jetzt Orte wie Ushkorot, die Hilfe vor Ort brauchen und auch langfristig überlegt werden muss, wie man diese Regionen, gerade die Grenzregionen, unterstützt. Nach dem Treffen beim Bürgermeister wurden wir in der städtischen Klinik von Ushkorot, vom Chefarzt empfangen, der uns durch die Klinik geführt hat, und uns aufgezeigt hat, wie auch medizinisch die Flüchtlingssituation nun sich in dem Krankenhaus widerspiegelt. Es fehlen Medikamente für Operationen, aber auch angelegte Operationen können jetzt im Moment nicht durchgeführt werden, weil einfach die Klinik sehr überfüllt ist. Dort möchten wir in Zukunft gezielte medizinische Güter aus Deutschland in die Ukraine liefern, um diese Situation im Krankenhaus zu entzerren. In der Stadt konnten wir uns auch eine Essens- und Kleiderausgabe anschauen, wo sich die Binnenflüchtlinge versorgen können. Diese Station ist mit Kriegsbeginn eröffnet worden und versorgt täglich Hunderte von Flüchtlingen. Die Stiftung Verbundenheit arbeitet für das Innenministerium ja auch in vielen dieser Länder mit den deutschen Minderheiten. Deswegen konnten wir uns auch in der Ukraine, aber auch in der Slowakei mit Minderheitenvertretern treffen und darüber sprechen, wie auch die Minderheiten, die jetzt schon Hilfe leisten, in die humanitäre Brücke Oberfranken-Transkarpazien mit eingebaut werden. In der Slowakei haben wir die Möglichkeit, eine deutsche Firma als Zwischenlager für unsere Hilfslieferungen in der Ukraine zu nutzen und darüber haben wir uns auch mit dem Vertreter vor Ort unterhalten können. Es war ein wichtiger Aufenthalt, denn wir haben viele Informationen mit zurück nach Bayreuth gebracht, um unsere Hilfe in den nächsten Wochen besser auszurichten. All das wäre aber nicht möglich, wenn wir keine Partner hätten. Und deswegen möchte die Stiftung Verbundenheit sich ganz herzlich bei den vielen, vielen Partnern in der Region Oberfranken bedanken. Für dieses Mal ganz speziell der Firma Busch, die den Transporter, mit dem die Delegation nach Uschgort gefahren ist, gesponsert hat, aber auch natürlich wieder die Firma Meisel, die mit ihren Speditionsfahrten die Hilfsgüteranladung ermöglicht. ip真 När bitmaux an im